Willkommen zurück zu Let's Bolt a Compiler. In dieser Folge zeige ich euch, wie ihr mit einem von Arntler generierten Visitor und eigenem Code euren Syntaxbaum verarbeitet. Als erstes wollen wir unseren Parser in Eclipse einbinden, damit wir gleich angenehmer coden können. Ihr ladet euch Eclipse auf eclipse.org herunter, geht hier auf Download Eclipse und da habe ich dann einfach das Eclipse-Standard genommen. Ich habe das auch schon mal heruntergeladen und auch hier schon gestartet. Dann haben wir jetzt hier einen leeren Package Explorer, da gehen wir dann rechte Maustaste, New Java Project und legen ein Projekt an. Ich nenne es Parser. Immerhin wird nachher ein Parser drin sein. Dann gehen wir auf Finish und wir legen uns einen Ordner an mit der Grammatik, die wir haben. Und wir legen uns einen Ordner an, wo wir unser Arntler-Jar rein speichern werden. Die holen wir uns jetzt erstmal ins Projekt rein, indem wir hier auf Import gehen. Das Jar liegt hier bei mir in Compiler-Lib. Und die Grammatik holen wir uns in das Grammatik-Verzeichnis rein. Liegt bei mir in Compiler-Demo.g4. Und schon können wir wieder damit weitermachen, den Parser zu generieren. Dafür gehen wir auf die Konsole, gehen in das Verzeichnis von unserem Eclipse-Workspace. Das ist bei mir einfache Workspace. Da drin ist jetzt ein Verzeichnis mit unserem Projekt, Parser. Und da drin ist das Verzeichnis Grammar, was wir gerade eben angelegt haben. Und hier befindet sich unsere Grammatik. Jetzt können wir Arntler wieder starten und unseren Parser generieren lassen, indem wir java-jar.slash-lib und dann Arntler-Jar aufrufen. Dann schauen wir mal, was wir auch für Optionen brauchen. Ich möchte diesmal, dass unser Parser nicht einfach ins Standard-Package von Java gelegt wird, sondern explizit ein Package angeben. Deswegen haben wir hier die Option "-package". Die generiert uns die Package-Option oben in die Java-Datei hinein. Daher gebe ich die jetzt an und als Package nehme ich mal de.let's-build-compiler.parser. Dann möchte ich auch noch ein Output-Dier angeben, in dem unsere Java-Dateien gespeichert werden. Das ist einmal ..slash-source. Das ist in Eclipse hier dieses Verzeichnis. Und dann auch noch der Pfad mit dem Package, weil das macht das Arntler nicht automatisch. Also de.slash-let's-build-compiler.parser. Dann brauchen wir erstmal keinen Listener. Den schalte ich entsprechend ab. Aber ich möchte euch zeigen, was wir mit einem Visitor alles anstellen können. Also mache ich die Option mit dem Visitor an. Und jetzt, ganz wichtig, den Namen der Grammatik noch angeben. Dann führen wir das Ganze aus und haben jetzt, wenn wir hier in Eclipse einmal F5 drücken, im Source-Verzeichnis unseren Visitor und unseren Parser generiert. Dabei fällt jetzt noch auf, dass im Moment das org.antler-Package hier oben nicht gefunden werden kann. Das liegt daran, weil wir unseren Build-Path noch nicht eingestellt haben. Wir gehen also hier mit der rechten Maustaste auf das Parser-Projekt. Dann Build-Path, Configure-Build-Path und dann auf das Libraries-Type. Gehen auf Add-Jars und fügen dann in lib unser Arntler-Jar hinzu. Und schon kann Eclipse alles finden, was es braucht. Kann diese Dateien hier kompilieren und alle sind glücklich. Wie angekundigt, möchte ich euch als nächstes zeigen, was man mit einem Visitor alles Tolles anstellen kann. Dafür erstellen wir jetzt ein neues Projekt. Das Projekt nenne ich jetzt Compiler. Es bekommt hier im Projects-Tab eine Abhängigkeit auf unseren Parser, denn der Compiler verwendet den Parser. Und dann erstellen wir hier in unserem neu angelegten Projekt eine neue Klasse im Package.de.let'sBuild-Compiler.parser. Nein, hierfür nehmen wir jetzt Compiler. und nennen diese Klasse dann MyVisitor. Diese Klasse leitet jetzt von unserem generierten DemoBaseVisitor ab. Der bekommt einen Typ. Am Anfang ist uns der Typ noch egal. Später wird der sehr wichtig. Ich gebe jetzt hier als erstes Mal String an. Jetzt seht ihr schon, hier gibt es einen kleinen Fehler. Der Hierarchy ist Inkonsistent. Wenn ich jetzt speichere, gibt es noch einen anderen Fehler. Nämlich, und der ist hilfreicher, Das liegt daran, weil wir in unserem Parser-Projekt im Build-Path nicht eingestellt haben, dass das Antler-Jar auch abhängigen Projekten zur Verfügung gestellt wird. Das machen wir, indem wir hier im Java-Build-Path bei Order und Export das Antler.jar, dieses Häkchen hier setzen, für Export. Dann gehen wir auf OK. Und schon sind alle glücklich. Wenn wir jetzt Steuerung-Leertaste drücken, dann sehen wir ein paar Vorschläge, was wir machen können. Nämlich vor allen Dingen Methoden überschreiben. Und ich fange jetzt hier mal an, Visit zu tippen. Und da kommen wir dann zu unserer interessanten Methode, nämlich der Visit-Additions-Methode. Die heißt jetzt genauso wie die Regel Addition bei uns ist der Grammatik. Und statt dieser Default-Implementierung können wir jetzt hier etwas anderes machen. Dafür zeige ich euch nochmal zur Erinnerung, wie der Baum aussieht und was wir hier machen können. Also hier der Baum. Und dieser Kontext-Knoten, Addition-Kontext, ist jetzt ein Knoten in diesem Baum. Wir möchten diese Knoten jetzt Post-Order durchgehen und müssen dabei einen Unterschied beachten. Nämlich, der Knoten kann ein Kind haben, wie der hier ganz unten mit der drei. Oder er kann drei Kinder haben, nämlich wieder eine Addition, ein Plus und eine Zahl. Das müssen wir jetzt unterscheiden. Das machen wir ganz einfach, indem wir nachgucken. Wenn ihr euch übrigens fragt, warum ich ständig so viele Tippfehler mache, das liegt daran, weil erstens das Mikrofon zwischen mir und meiner Tastatur ist und ich die Tastatur nicht sehen kann und zweitens, dass es eine sehr ungewohnte Tastatur ist für mich, denn ich bin ja, wie schon mal erwähnt, in Galerolls Studio. Jetzt gebe ich einfach mal die Zahl aus, wenn es denn nur eine Zahl gibt und an die komme ich, indem ich context.getChild0 aufrufe. Nochmal zum Abgleich der Baum daneben. Wenn wir hier bei dem unteren Knoten sind, der nur ein Kind hat, wo die drei hier unten ist, dann ist das hier das erste Kind. Und die Nummerierung beginnt bei 0. Deswegen müssen wir hier mit getChild 0 auf diese drei hier unten zugreifen. Wenn es nicht genau einen Knoten hat, dann wird es drei Knoten haben. In dem Fall möchte ich die Zahl ausgeben, die rechts steht. Das ist jetzt der Knoten Nummer 3, also nach 0 basiertem Index der Knoten 2. Und außerdem soll danach auch noch ausgegeben werden, dass jetzt eine Addition kommt. Gut. Nein? Fehlt noch was? Also ja, einerseits ein Return Statement. Ich gebe jetzt hier erstmal Return Null an. Wie schon angekündigt, später wird da was anderes stehen. Das wird noch interessant werden. Aber fürs Erste brauchen wir das nicht. Was fehlt noch? Naja, unsere Kindknoten müssen wir durchgehen. Und da ich gesagt habe, wir wollen das Post Order machen, also zuerst immer die Kindknoten durchgehen und dann erst den Wurzelknoten uns ansehen, müssen wir das machen, bevor wir diese Ausgaben hier tun. Praktischerweise wurde uns von Antler hier eine Visit Children Methode generiert. Der übergeben wir einfach den Kontext und der sagt einfach, geh die Kinder durch und ruf entsprechend die passenden Visit Methoden hier auf. Dann brauchen wir noch eine Main Klasse. Ich nenne sie vielsagen Main. Die bekommt hier eine Public Static Main Methode. Und hier werden wir jetzt Antler aufrufen, einen Baum generieren und dann unseren Visitor mit diesem Baum füttern. Das funktioniert folgendermaßen. Als erstes brauchen wir ein Antler Input Stream. Und wir können hier als Input einen Antler Pile Stream nehmen und aus unserer Code.demo-Datei einlesen. Dafür muss die Code.demo-Datei natürlich auch hier existieren. Entsprechend importiere ich diese gerade in unser Projekt. Und das hier schmeißt eine IO-Exception. Wir müssen uns jetzt für dieses Tutorial allerdings wirklich nicht mit den Exceptions herumärgern. Deswegen gebe ich unserer Main Methode einfach ein Stros-Exception. In dem Fall wird, wenn ein Fehler auftritt, unser Programm einfach sich mit einer Fehlermeldung verabschieden. Aber das wäre hierfür schon okay. Dann müssen wir unseren Lexer erzeugen. Der Lexer wurde hier generiert. Das ist der Demo-Lexer. Der heißt natürlich ansonsten, so wie eure Grammatik heißt, bei mir heißt die Grammatik eben Demo. Deswegen heißt der Lexer auch Demo-Lexer. Und den füttern wir jetzt mit unserem Input. Aus dem Lexer kommt ein Common-Token-Stream raus. Ihr müsst übrigens dabei darauf achten, dass ihr von diesen Klassen, die Antler euch anbietet, häufiger zwei habt. Auch hier kommen Token-Streams zweimal und der Unterschied liegt hier. Einmal in V4 und einmal ohne V4. In diesem Fall, wenn euch zwei angeboten werden, dann wollt ihr immer die V4-Variante haben. Wenn ihr dabei einen Fehler macht, dann bekommt ihr ganz merkwürdige Fehler mit Invalid Argument oder Wrong Type. Und das kann manchmal ein bisschen dauern, bis man darauf kommt, wo eigentlich das Problem ist. Das ist dann nämlich das falsche Package und das sieht man dann hier oben in den Import-Statements nachher nur noch, dass hier das V4 fehlt. So, unsere Token-Source, wo wir unsere Tokens herkriegen, ist der Lexer. Aber mit diesen Tokens füttern wir jetzt wiederum unseren Parser. und jetzt können wir mit dem Ganzen unseren Parsetree erzeugen. Und zwar rufen wir jetzt die Methode auf mit dem Namen der Regel, mit der der Parser anfangen soll zu parsen. Wir haben im Moment nur eine Regel, nämlich die Additionsregel, also rufen wir entsprechend diese auf. Und dann werden wir unseren Visitor, den wir eben erzeugt haben, den MyVisitor erzeugen und Visit aufrufen. Dem können wir direkt hier den ganzen Parsetree übergeben. Dann speichere ich das und lasse es einmal laufen. Wie ihr seht, wir haben hier rausgekriegt 3, 42, Addition, 5, Addition, 6, Addition. Wenn wir uns das jetzt einmal zusammen mit unserem Baum anschauen, dann sehen wir hier, die 3 ist hier, dann die 42, dann Addition, dann die 5, wieder Addition, die 6 und wieder die Addition. Hurra, das sind nämlich auch genau die Instruktionen, die wir nachher brauchen, wenn wir dies als Code auf unserem Prozessor ausführen wollen. Also zumindest ist es schon mal die richtige Reihenfolge. Wir haben unseren ersten einfachen Visitor geschrieben und sind nur noch einen kleinen Schritt von richtigem Instruktionscode entfernt. In den nächsten Videos zeige ich euch, wie wir Labels einsetzen, um unseren Visitor lesbarer zu gestalten, wie wir tatsächlich einen Instruktionscode generieren und vieles mehr. Ich freue mich über Daumen, Kommentare und Abos. Vielen Dank an Garderol, der mir für die Aufnahmen sein Studio zur Verfügung stellt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Build a Compiler.